Hallo ihr Lieben, mit diesem Trick verschwindet Kalk, Schmutz, Keimen und Bakterien in ganz kurzer Zeit. Gebe Salz in deine Toilette. Ein Handvoll, erstmal spülen, damit die Salz haften kann. Danach ein Beutel Backpulver gießen. Und Essiges in eine Schüssel geben und mit Toilettpapier überall auf der Rand von Toilette tun. Damit löst sich der Kalk fast von allein. Der Schmutz und Bakterien und Keimen verschwinden in ganz kurzer Zeit. Probieren Sie es aus. Einwirken lassen, ca. 30 Minuten oder 1 Stunde. Einmal spülen, mit Toilettebürste kurz wischen und schaut euch an, die Toilette glänzt jetzt wie neu. Salz, Natron und Essig eignen sich perfekt zur Bekämpfung von Gerüchen und Bakterien. Jetzt glänzt die Toilette wieder wie neu. Probiere unbedingt diesen Trick einmal aus. Es wird dir helfen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Zumificio Zumating